Jetzt lad nach! Jetzt lad nach! Mach nichts! Oh Gott! Macht die viel Schaden? Ja, die macht gar nicht mal so wenig Schaden. Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge DDDFUN! Heute mit Magnus, Jan, Damsin, live! Lara, Walla, Shiri! Hi, ich bin Josch! Hallo! Mein Name ist Magnus, ich weiß von nix. Magnus, Magnus, Magnus! Auf, auf! Auf, auf! Oh Gott, live, bespring mich nicht! Nein, das ist Vergewaltigung! Magnus, komm hier! Magnus! Shiri, ich suche die Waffe! Hi! Shiri, was machst du da? Ja, ich will vorbei! Du blockierst alles! Ich will die ultimative Waffe für dich suchen! Die ultimative Moller Waffe! Ja! Verbrennt der dann selbst? Wie heißt denn die? Äh, das ist die M1, äh, A4? Was soll das für eine Waffe sein? Äh, 4A, 4A, zeig ich dir dann! Ist du gefährlich? Ach, verdammt, sie ist diese Runde nicht da! Müssen wir auf die nächste Runde hoffen! Nein, das ist eine super Waffe! Du wirst sie erkennen, wenn du sie auf dem Boden liegen siehst! Beziehungsweise, vielleicht wirst du sie auch nicht erkennen! Weil du sie nicht jetzt auf dem Boden liegen siehst! Au! Live, hör auf mir hinterher zurück! Ich reine gar nicht! Das ist Magnus! Hi! Ja Magnus! Ganz oben ist ein Tee! Ganz oben ist ein Tee! Ganz oben ist ein Tee! Dann bleiben wir ganz oben! Ich bin ganz oben! Ich such den Tee! Wer ist hier? Feuerherz? Oh Magnus! Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ah! Jan! Ich bin proven! Und der live ist auch nicht mehr ganz so alive! Jan ist proven! Ok! 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 Nein! Ihr müsst nicht runter! Wir gehen auf Teejagd! Los! Na, verflucht! Ich wusste, ich hätte mann! Ja, warte dann! Wer war denn noch unten? Lebst du noch? Ne! Ok! Ich kann jemanden überlegen! Einer darf wieder leben! Einer darf leben! Nein, hier darf keiner leben! Nein, bin ich nicht! Stirb! Ähm, Magnus! Magnus! Magnus ist es! Ach ne! Ja! Weißt du was? Ich call ihn! Er sagt doch, ja, alive ist nicht mehr alive! Er redet! Was? Was? Auf welcher Kadaastische machen, ey! Wir haben nicht genau geachtet! Ich hab Ding Session übergreifend gemacht, so! Hey! Wo ist denn meine M1? Du weißt schon, dass auch längere Sicht dann Dani nicht mehr spielen kann, ne? Ja, das ist ja ne andere Sache! Das ist ja ne andere Sache! Ah, ich bin Preppering! Oh, ich bin Preppering! Juhu! Jetzt bist du! Alter, ich bin gerade voll über die Möbel weg! Wenn ich sterbe, ist es Josch! Was? Ich seh dich einfach nicht! Wenn ich sterbe, ist es Josch! Was, was, was? Wahrscheinlich auf der anderen Seite der Map! Da sind noch zwei vor der Tür! Alles klar! Na, komm! Da geht mich! Magnus, Magnus! Ich will waff' es gut! Sag mir denn, ich hab' euch wieder verloren! Hallo, ja! Komm mit! Okay! Nein! Was? Josch! Was? Was? Hier! Ich war ja gar nicht in Magnus! Ich war ja gar nicht in Magnus! Ich habe nichts getan! Okay, komm! Nehmen sie und wir töten die Traitor! Ja! Ich habe nichts getan! Ich habe immer noch nichts getan! Ich habe immer noch nichts getan! Es ist sicher! Es ist sicher, Josch! Ich kann es soweit bestätigen, dass Josch zumindest in meiner Nähe war! Oh, Magnus! Irgendjemand hat gerade was gegessen! Äh... Jan, 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 Jan! Jan, Jan! Jan, Jan! Genau! Hauptsache Jan versucht mich hier noch in die Kacke zu ziehen, weißt du? Was soll die Scheiße? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da drin! Oben! Oben! Da oben! Geh hoch! Geh hoch! So, wo ist wer? Ihr wolltet mich ja gerade noch töten! Hä? Was machst denn? Du hier mit der Treppe runter! Ich bin die Treppe! Ich bin die Treppe! Ich bin die Treppe! Ich bin die Treppe! Geh zur Treppe! Danke, Magnus! Aber wo? Oh! Der war hier! Er ist weg! Nein! Und du? Hä? Hä? Wer ist das? Mr. High? Ja! Ich wollte eigentlich Jan töten, aber scheinbar ist der hier nicht mehr! Ich hab Angst! Ich bin euch nicht! Neneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneene ... Hier geh ich lieber weg! Hier ist mein Büro! Komm, rein! Hier ist sua Büro! Ich denke, ja okay ... Wir hängen die Leichen auf. Das ist ja nicht anzusehen hier. Oh! Wer kommt da? Es ist voll blöd, dass man da nicht durchgucken kann! Ich laufe. Ja, wer ist das? Wer ist das? Ich bin's nicht. Interja! Bringt sie um! Nein! Aua! Der ist ganz unten im Keller. Und der ist tot. Jan ist tot? Ich hoffe es. Nee, du hoffst es. Ich bin... Du bist tot. Okay. Alive. Nein, lass dich! Hä, hier ist doch der Keller. Wo ist denn der Keller? Hier ist der Keller doch. Danke. Bei mir ist der Keller. Hier runter. Ah, da. Ja. Ich hab Angst. Okay. Okay. Josch. Ja! Was? Also Josch. Also Josch. Nein! Ah! Das war so auffällig, dass du nichts gesagt hast, Josch. Dass du nicht gesagt hast, ich hab ihn umgebracht. Ja! Ich dachte so, warum sagt der nichts? Man sammelt den Kick auf, wenn man Dete untersucht. Das kann sein. Das ist neun. Oh, ich hab eine neue Letzenswaffe. Warte mal. Wie triften die? Das Problem ist, ich hatte noch den Teleporter und konnte dadurch nicht Jan wiederbeleben. Sonst hätte ich Jan wiederbelebt und die Runde wäre durch gewesen. Ich hätte doch einfach irgendwas machen können. Das ist wirklich sad. Das ist gut. Jan ist es! Wer ist es? Hä? Wer? Jan? Jan ist es! Jan ist es! Jan ist es! Jan ist es! Jan oder Damssitz? Ja, bei ne fliegende Tasse gesehen. Ich verstecke mich. Dams du! Wenn Dams oder... Jan... Ich weiß es auch nicht. Jan hat Dams gemacht. Und Dams hat auch Feuerherz gemacht. Okay. Also bei Dams... Okay. Ja, okay. Ja, okay. Wo ist meine M1? Ich such mal weiter meine M1. No life. Ganz einfache Folgerung. Der DT kam jetzt gerade an und hat die Leiche konflikt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl Schiri als auch der Moller in die Leiche reingeguckt haben. Ja, was ist mit mir? Ich war bei dir oben. Wie soll es denn nicht gewesen sein? Ja dann... Wenn Punkte drin waren, dann äh... War es da. Wir hätten die rausgenommen. Hm, das stimmt. Du kannst nichts gegen meine deduktiven Fähigkeiten sagen. Ich hab sie! Die M1! Oh ja, lass mal sehen. Das ist die M1A0. Um genau zu sagen, heißt die M1A0. Geh weg. Komm her, Moller, wo bist du? Moller, wo bist du? Ja, Jan? Was denn? Moller, wo bist du? Nein. Du... Lass mich... Lass mich bitte. Ich... Irgendwie hab ich Angst. Warte. 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 Nein, nicht mich abschießen. Nehmen sie. Nehmen sie auf. Nehmen sie auf. Deine Hauptwaffe wegwerfen. Oh Mann. Oh, sorry. Ich krieg's ja nicht... Ich hatte grad ein Leck. Ich hatte grad ein Leck. Ja, jetzt mach mal. Nein. Schießt an die Wand. Bitte. Nein. Schießt an die Wand? Schießt an die Wand, Junge! Hör auf. Jetzt lad nach. Jetzt lad nach. Jetzt lad nach. Oh Gott. Macht die viel Schaden? Ja, die macht gar nicht mal so wenig Schaden. Das möchte ich jetzt bitte auch kurz sehen. Okay. Äh, wo ist meine Waffe? Äh, die hab ich jetzt. Hier ist eine Ex. Gib mir meine Waffe wieder. Okay, jetzt weiß ich wie du dich gefühlt hast. Das ist Magnus. Warte. Ich komm nicht hin. Okay, das ist gut. Oh Mann. Kannst du... Moller willst du... Okay. Ja, ich nehm sie gerne. Okay. Magnus, ich will auch mal. Oh Mann. Ja, dann kannst du die auch noch gerne nehmen. Hast du, du willst auch? Allein? Was denn? Mann, Jan verfolgt mich, muss der Waffe weg. Moment. Hauptwaffe weg. Jan! Ja. Hey, wieso nehm ich die nicht auf? Anwesend? Ehe drücken, ist deine Hauptwaffe weg. Hauptwaffe. Hauptwaffe. Oh, nicht die Traitor-Items. Und jetzt nachladen. 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 Jan, 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 Jan. Wo, wo, wer... Wenn man hier reingeht, wo kommt man denn raus? Jetzt muss ich sie eigentlich noch mal zeigen. Chiri? Ich mach mal ne Waffe zurück. Hä? Oh, lag? Wer schieß denn da? Oh, okay. Au. Ja? Mein Plan war nicht so gut, glaube ich. Ich brauch mal ne Kettwaffe. Nein, ich wollt sie noch zeigen. Sie ist immer noch da, wo sie davor war. Es wär so schön gewesen mit der Katze. Es war halt mega aufsichtlich, Chiri. Ja. Ja, von wegen Jan. Real safe. Was bist du denn für... Ha. Ha. Vertrau mal einem Detektiv-Face. Innocent geworden ist und meint ja noch auf Dicken... Dede zu machen, ey. Oder Dede, ey. Ha. Ich hab wenigstens den einzigen Verdächtigen, den ich hatte abgesichert. Ja. Sack da halt. Ja, ich hätte sie zwischen. Agnus? Ja, bitte. Ja. Allerdings muss ich zugeben, ich war mir nachher ziemlich sicher, dass ihr live es nicht war. Wenn sie T gewesen, dann hätt sie mich einfach... Ha. Ja, ein Header hätte ich dir locker gehen können. Ja, nicht nur alle. Ein Rolli-Line. Ein Rolli-Line. Oh, Chiri, Chiri. Oh, sorry, das war aus Versehen. Nein, das war aus Versehen. Ich dachte, es ist ja noch Prepared gewesen. Aber nicht aus Versehen. Das war aus Versehen. Das war wirklich aus Versehen. Das war wirklich aus Versehen. Sehr Suspekt. Sehr Suspekt. Echt nicht mehr. Ich will die Katze. Ich will die Katze. Ich will die Katze. Das war bestimmt schon 30 Sekunden nach dem Prepared. Oh Gott, das brennt alles hier. Ich will hier durch. Ich will hier durch, Chiri. Danke. Chiri, nein. Weg von Chiri. Ne, hier geh ich lieber weg. Weg von ihr. Ich hab Angst, dass jeder jeden Moment zündet sich auch ne Bombe. Definitiv, irgendjemand immer. Das ist das kleine Mädchen. Aua. Ah, das kommt mal aus. Geh weg, geh weg. Dams, hast du Angst? Wala, warum bist du... Hä? Ah, Gato. Weil die Treppe runtergefallen werden, ist verletzt bei mir. Hallo. Diese Tür. Wow. Guck mal. Das ist sehr interessant. Kann man auch durchschießen? Das ist interessant. Kann man auch durchschießen? Was? Oh, das ist schon mal. Ja, ja, ja. Hallo. Ich war's. Ja, das war's. Elife hat gesagt, wer schießt. Elife hat gesagt, wer schießt. Verdächtig. Ja. Das ist auch verdächtig. Das ist auch verdächtig. Das ist auch verdächtig. Das ist so rüber. Das ist nie falsch. Das ist nie falsch. Das ist nie falsch. Ah, Nagnus, Magnus, Magnus, Magnus. Ah, es gibt noch einen Raum, wo ich nachgucken kann. Hello, oder wie? Nein, 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 nein. Geh unter meine Geheimtreffer. Geheimtreffer. Okay, lol. Geht, das mach ich nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wo ist sie? Das ist doch Quatsch. Oh nein, ich bin tot. Hilfe. Ich bin im Keller und ich hör nur Schüsse. Ach, verdammt, ey. Auch nicht auf mich. Sorry, 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 sorry. Ich hab auch noch... Verdammt. Verdammt. Verstecken an der gleichen Stelle wie Yoshi, ist nicht so gut. Das ist Moller. Das ist Moller. Das ist Moller. Da kommt der immer nach. Ich komm immer von einer anderen Richtung. Alle gehen immer genau diesen einen Weg entlang, wo du schön schießen kannst. Aber ich komm von anders. Nein, ich war grad im Shop. Ja. Ja. Ich wollte mir einen Disguiser kaufen. Tja, das kam zu spät. Damit man erstmal sich fragt, wer da kommt. Okay, wenn jemand Disguised kommt, dann schieße ich eigentlich immer. Ach, eben. Aber du musst erstmal feilen, dass der Disguised reißt. Das ist das Problem, weil das tun viele Leute nicht so wunderschnell. Jetzt kann ich wenigstens den Leuten nochmal die M1 zeigen. Ich will sie auch haben. Ich will sie auch haben. Ey, ich mach jetzt einen Katzenkill. Jawoll! Ich bin... Ich bin... Ja, ja. Jawoll. Ey, ich hab wieder Yoshi unter Verdacht. Ich kenn das noch vom letzten Mal. Magnus, ich bin Tee, komm her. Das Problem ist, das glaub ich dir sogar. Dams steht ja einfach so in der Ecke rum. Herr, wer schießt ihr da kurz mit der Katze? Na, das war Josh, aber so schlecht schießt er nicht. Josh? Miau! Nein, so schlecht ist er nicht. Das ist so schlecht. Von außen sieht's so aus, wenn jemand die Katze hält. Oh, okay. Oh nein! Ja, nein! Aber wenn du sie selber hast, dann streichelst du die einfach nur. Aber ich find's besser, wenn man... Au! Äh. Ich... Dams? Okay. Ich hab ihn nicht umgebracht, aber... Er ist ja Traitor. Hä? Ja, ich wurde angehettet. Hä? Und... Jan ist... Ich bin... Ich bin Proven. Ja, ja, aber... Ja, aber... Jan kann's auch nicht gewesen sein, weil... Hat er noch Punkte gehabt, Jan? No. Hä? Wie ist das denn? Hä? Ich hab Angst. Der wurde durch irgendein Gegenstand... Anscheinend. Ich hab Angst. Wenn die Bones are broken stand da. Fehlgleiche! Ah! Nee, die gibt's nicht mehr! Die gibt's nicht mehr! Ach, da ist die Walter. Die ist cool. Es gibt nur noch die Inno-Fake gleiche. Wie komm ich aus dem Aufzug raus? Nimm eine andere Etage und dann kannst du wieder aussteigen. Können wir das auch mal angucken. Okay, der hat irgendeinen Impact. Wahrscheinlich die Fahrschule auf den Kopf gekriegt oder... Wer bewegt sich denn hier? Wer bewegt sich denn hier? Oder Dams hat seinen Lovers geschwommen und ist deswegen... Oha! Heavy Impact! Ciao! Oh, ich könnte ihn kommen. Oh, Mann. Warte mal. Guck mal, der Magnus macht heute keine Punkte mehr. Na, ach, nein. So, jetzt... Hä? Ja. Was machst du denn hier? Wo sind wir? So. Jetzt muss ich meine Katze aushanden. Warte. Was macht ihr? Ja, da ist die Katze. Feierherz. So, bleib mal da drin, ja? Was ist mit der Grundigel? Oh. Musst du dafür die Katze aus der Hand nehmen? Nein, ich wollte sie nur geben, weil ich sie ja nicht mehr in die Hand halten kann. Irgendjemand muss eine Katze in die Hand halten. Nicht mehr die Katze. Warte mal, nimm die Katze in die Hand oder ich erschieße dich mit der Goldigel. Ich nehme gerne die Katze. Nein, ich erschieße dich mit der Goldigel, ich erschieße dich mit der Diegel. Das ist so süß! Mein Gott! Du kannst übrigens auch nachladen ohne geschossen zu halten. Ja, ich sehe es. Aber dann tut sie sich nicht umdrehen. Doch, das ist random. Echt? Oder? Ja, 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 ja. Ach stimmt. Ne, hier sind wir schon wieder zu viel. Es gibt zwei Animationen. Einmal die umdrehen und einmal die... Ah ja, wenn man sie gedrückt hält, dann kommt sie... Kommt die zu einem gedreht und wenn man nur einmal kurz drückt, dann... Ah ne, doch nicht. Hä? Okay. Dann ist es doch random. Ich dachte schon. Ist er die ganze Zeit? Er live? Jan! Er live? Schiri? Er versucht auch nichts zu schieben. Das war Dams. Hä? Was? Dams hat vorhin runtergeschossen von der Treppe. Ich hab doch gleich geschossen. Aber vorhin kam der... Okay. Hä? Schiri? Was hast du gerade? Schiri? Wer schießt denn hier, alter? Schiri? Ich hab Schüsse gehört. Was ist denn da los? Ich glaub Schiri hat gerade noch nicht geschossen. Leb die noch alle? Ja. Schiri oder Feuerherz war gerade? Ich glaub Feuerherz war gerade. Ich hab nicht geschossen. Halli? 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 Das kam von oben. Das kam von oben. Das kam von oben. Das kam von oben. Aber wer ist denn noch? Ja. Also es war nicht live. Es war... Okay Jan kann sich... Und ich war auch unten. Schiri... Schiri war auch unten. Der hat ja die Golden Diegel in der Hand. Ich kann's nicht gewesen sein. Wer ist denn da oben? Aber... Dumps hat den Traitor getötet. Nein. Dumps hat den Traitor ja nicht getötet. Oder aus Versehen getötet. Dann war das vielleicht das perfekte Alibi. Holla, bitte. Bitte. Mir ist zu viel alles. Ja, geht mal da hoch. So. Over time. Over time. Hä? Oh, dann ist er durch den Sting gegangen. Was steck ich denn hier drin? Dumps! Ich hab ihn. Nein! Ah. Ich hätte ihn gern mit der Katze getötet. Hey! Was war das denn? Ich... Danke für's Zuschauen dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Yo. Hey ho.